Die Pfeife. Für Liebhaber ist sie ein Symbol der Gemütlichkeit. Mit ihr betritt er eine Oase der Ruhe und des Genusses. Der 1902 gegründete Ofener Felder Pfeifenclub hat diese Kunst der Entschleunigung nun auf die Spitze getrieben. Heute finden die 111 Vereinsmeisterschaften statt im Pfeife langsam rauchen. Das ist also traditionell so und wir werden heute den besten ausrauchen, der also am langsamsten raucht. Ein ehrgeiziger Wettkampf, der wohl ohne sportärztlichen Segen ausgefochten werden muss, oder? Wir als Pfeiferaucher, wir rauchen die Pfeife nicht auf Lunge, sondern wir schmauchen die einig oder genüssliches, leichtes Ziehen. Der Rauch gelangt gar nicht bis in die letzten Spitzen der Lunge oder der Bronchien. Na dann kann es ja nur heißen. Feuer, frei! Ziehen, ziehen! Nein, was Sie hier sehen, sind nicht die schlechtesten langsam Raucher aller Zeiten. Beim traditionellen Vorkampf wird zunächst einmal der schnellste Pfeifenraucher ermittelt. Angenehmer Nebeneffekt. Die Räumlichkeiten werden schon mal auf Betriebstemperatur gebracht. Weniger angenehmer Nebeneffekt. Ja, so ein gutes Gefühl ist es leider nicht. Also es ist eine ziemlich belegte Zunge. Also kann man nicht empfehlen normalerweise. Nein, das kann man wohl nicht. Aber eigentlich geht es ja auch heute um etwas ganz anderes. Nämlich um drei Gramm Tabak, die in fünf Minuten gestopft, in einer entzündet und dann so ausgiebig wie möglich gepafft werden sollen. Das alles unter den strengen Augen der Schiedsrichter vom TV Mädchendorf. Es ist so gewesen, dass es teilweise Unstimmigkeiten beim Wettrauchen gab, weil der Hofnerfelder Pfeifenclub selber die Zeit genommen hat. Und dann wurde der Turnverein gefragt, beziehungsweise Mitglieder des Turnvereins, ob wir nicht bereit wären, als neutrale Zeitnehmer bei dem Wettrauchen, bei dem alljährlichen Wettrauchen des Pfeifenclubs teilzunehmen. Und seitdem geht ihr alles mit rechten Dingen zu. Das Schneckenrennen nimmt seinen Lauf und bereits nach 32 Minuten erlischen die ersten Rauchwolken. War so nicht zu erwarten. Eigentlich fehlt mir noch eine halbe Stunde so, aber passiert. Und zwar auch dem besten Langsamraucher. Nach und nach lichtet sich das Feld, Träume zerplatzen und Enttäuschung sitzen tief. Dennoch zeigen sich die ausgeschiedenen Athleten professionell und päppeln ihre geschundenen Atemwege unverzüglich wieder auf. Nach einer Stunde, 14 Minuten und 54 Sekunden bleibt nur einer übrig und fühlt sich. Ein bisschen schwach. Aber das geht ja Marathonläufern, Triathleten und wahrscheinlich sogar Golfspielern auch nicht anders. Denn ob langsam oder schnell, wer auf Siegertreppchen will, muss eben an seine Grenzen gehen.